Karl IV., König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Der rechtmäßige Thronerbe des florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel IV., dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hatte. Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater geraten. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivolere Beschäftigungen. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen, womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten sich, bis sich die Adeligen, entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers, an seinen Halbbruder wandten. König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn zum Abdanken zu zwingen. Und nutzte die darauffolgenden Unruhen zu seinem Vorteil, um noch mehr Macht zu erlangen. Er marschierte mit einer riesigen Streitmacht den Böhmen ein und fiel über die Ländereien der Verbündeten des Königs her. Und hier beginnt meine Geschichte. Willkommen, Heinrich! Ja! 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 Ich möchte etwas bestellen. Und was darf's sein? Ein Bart. Und ich will mich erholen und meine Kleider reinigen lassen. Natürlich. Aber zuerst das Geld. Gut. Bitte sehr. Du wirst es nicht bereuen. Gah! Guck! 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 Das Haus, den Garten und das Feld. Messer, Äxte, Rechnen, Hacken, die besten Waren. Rechen, Spaten, Heugabeln, Äxte, alles um Mutter Natur zu bezwingen. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Alles Gute. Was kann ich für dich tun? 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 Beispielésus mit dem Ruflめzise, Was kann ich für dich tun? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020